1867 erbaut ist der eiserne Steg so ein ganz klassisches Monument der Industrialisierung. Aus Stahlskelett und mit Eisen erbaut repräsentiert es die Errungenschaften der Zeit. Mein romantischster Ort ist der eiserne Steg wegen der vielen Liebesschlösser um mich herum. Es gibt ja Menschen, die halten das für Vandalismus und finden es gar nicht schön. Ich persönlich mit dem Gedanken daran, dass über 56.000 mal Liebe um mich herum ist, finde das wahnsinnig romantisch.